Wow, Entschuldige bitte. Ich glaube nicht, dass du das warst. Kaum läuft mal alles ganz normal. Okay, und wann genau darf ich mich bitte mit Jungs treffen? Wenn ich tot bin. Plus drei Tage, um sicher zu sein, dass ich auch wirklich tot bin. Schon bricht es wieder auseinander. Halt mich! Ellie! Money! Ganz egal, wie lange es dauert. Ich finde euch! Doch für die größten Helden aller Zeiten... Wasser. Zit, nein! Das schmeckt ja richtig. Bunzi! ... ist das Ende der Welt. Nur die Spitze des Eisbergs. Ahoi da unten! Und jetzt überlasst mir euer Schiff! Oder fühlt den Schmerz! Was denn für'n Scherz? Nicht Scherz, Schmerz! Diesen Sommer geht es um mutige Mammuts. Leute, bloß keine Farbe! Große Schätze! Ganz fette Beute, Mo Capita. Und darum sich nicht. Ich kämpfe nicht mit Mädchen. Jetzt weiß ich auch wieso. Wenn die jetzt knutzen, kotze ich. Unterkriegen zu lassen. Weiß auch nicht, was mit mir los ist. Kann ich essen? Kann ich schlafen? Ich weiß, was du dir eingefangen hast. Ja, Lepra! Nein, fängt mit einem L an und hört mit einem E auf. Aha, Läuse! Nein! Und der Weg nach Hause! Hey, ihr kleinkärtchen! Wie wär's, ihr und wir gemeinsam gegen die Piraten? Hä? Hast keinen Schimmer, was ich grad gesagt hab. Wird ganz schön hart. Sie ist wunderschön. Hört nicht auf sie, Oma! Hallöchen! Die letzten Worte. Niemand hindert mich daran, zu meiner Familie zurückzukehren. Heilige Krabbe! Ice Age 4. Voll verschoben. Du bist ein ziemlicher Softie. Entschuldige mal, rein zufällig bin ich ein gnadenloser Killer. Jägolein! Ich hab dir ne neue Korallenkette gemacht. Er verliert sich ständig. Ab Montag, 2. Juli im Kino. Untertitelung des ZDF für funk, 2017